Ab. Ab morgen muss ich arbeiten. Aber. Ich bin oft im Büro, aber nur für wenige Stunden. Abfahren. Wir fahren um 12 Uhr ab. Die Abfahrt. Vor der Abfahrt rufe ich an. Abgeben. Ich muss meine Schlüssel abgeben. Abholen. Wann kann ich den Schrank bei dir abholen? Wir müssen noch meinen Bruder abholen. Der Absender. Da ist ein Brief für dich ohne Absender. Achtung. Achtung. Das dürfen Sie nicht tun. Die Adresse. Die Adressen. Können Sie mir seine Adresse sagen? All. Alles Gute. Das ist alles. Sind alle da? Alle Freunde kommen. Hast du alles? Allein. Er kommt allein. Also. Also. Es ist so. Er hat Zeit, also muss er uns helfen. Alt. Wie alt sind Sie? Sie sehen aber nicht so alt aus. Mein Auto ist schon sehr alt. Wir wohnen in einem sehr alten Haus. Köln ist eine alte Stadt. Das Alter. Alter. 26 Jahre. An. Fahren Sie an der nächsten Straße nach rechts. Wir treffen uns am Bahnhof. Am nächsten Montag geht es leider nicht. Anbieten. 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 Was darf ich dir anbieten? Das Angebot. Die Angebote. Heute sind Sportschuhe im Angebot. Ander. Willst du diese Jacke? Nein. Ich möchte die andere. Anfangen. Hier fängt die Bahnhofstraße an. Der Unterricht fängt gleich an. Der Anfang. Sie wohnt am Anfang der Straße. Wir machen Anfang Juli Urlaub. Anklicken. Da musst du dieses Wort anklicken. Ankommen. Wann kommt dieser Zug in Hamburg an? Die Ankunft. Auf diesem Plan steht nur die Ankunftszeit der Züge. Ankreuzen. Auf dem Formular müssen Sie an mehreren Stellen etwas ankreuzen. Anmachen. Mach bitte das Licht an.